Moin ihr Lieben und willkommen zurück hier wieder. NF Marsch ist wieder am Start und ja, wir sind hier leisig am Arbeiten. Feld 12 muss jetzt gedüngt werden als nächstes. Er macht das, hier warten wir immer noch auf den Abfahrer. Ja gut, der kommt hier nicht ums Eck deswegen. Aber das ist doch hier nicht, das ist Feld 3. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir den schnell selbst abtanken und die paar Literchen, die da drin sind, bringen wir einfach ins Lager. Dann kann der Drescher gleich ans nächste Feld. Da müssen wir mal gucken, wo wir dann weitermachen. Denk mal, wir werden runter auf die 16 gehen. Entlassen, wir nehmen den Kurs raus. 16, 13,5 Meter. Wir sind leer. Den kurzen Weg werden wir mal jetzt mit dem Schneidwerk so dran fahren. Hoffen, dass wir da einigermaßen gut rüberkommen. Das ist ja nicht weit, der Weg zum Glück. Das müsste passen, denke ich mal. Ja gut, einmal hängen geblieben hier kurz am Bushaltestelle. Häuschen Dingens. So Kollege, dann dreschen sie mal. Und wir jumpen hier rüber in den Abfahrer. Also wir können ihn hier einmal losfahren lassen. Und dann gehen wir hier rein. Hafer, 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 Hafer muss in die Getreidefabrik. Das heißt, wir fahren von Feld 16. Getreidefabrik Hafer. Dann müssen wir demnächst gucken, wenn wir die Gärreste unten bei der Düngerproduktion drin haben, dass wir Wasser fahren. Zu den einzelnen Produktionen, die da jetzt noch offen sind. So, einmal abladen. Ist ja nicht viel. So, weiter geht's, weiter geht's. Der macht hier Sojabohnen. Der wartet auf Abfahrer. Ah ja, guck mal, hier sind wir wieder. Da, da. Da, da, da. So haben wir diesmal so wenig Karton hier nur. Äh, Karton. Da kann doch noch mehr raus. Papier, Karton, Toilettenpapier geht noch nicht. So, nächste Fuhre, nächste Runde. So, dann kannst du einfach wieder weiter. Ja gut, 5000 Keys ist jetzt noch nicht so die Welt. Die müssen wir wieder kurz hier helfen, vom Feld runter zu kommen. Ja, es ist leider manchmal so. Manchmal schaffen die das einfach nicht. Ähm, okay. Da ist ne Leitplanke. Dann müssen wir hier einmal so außen rum. Und abflogen. Ach ja, guck mal. Der ist hier mit den Gärresten. Ja, und äh, danach heißt es für die hier Wasser fahren. Bleibste stehen. Und zwar werden wir Wasser fahren. Äh, warte mal. Ich muss das erstmal umstellen. Vom Klärwerk. Äh, erstmal das Klärwerk leer machen. Wo brauchen wir zuerst Wasser? Bei der Brennerei. Brennerei Wasser mit Wasser. Komm, mach leer. Ja, geht ab hier. Und abflug. Ich weiß zwar nicht, wie viel Wasser wir noch im Klärwerk haben. Aber wie gesagt, wir machen das erstmal leer. Und dann können wir ja immer noch weitermachen. So, äh, du bist auf der 4 fertig. Die 52 wäre dann dran. Okay. Ja, Kollege. Aber ich würde sagen, erstmal wieder zum Hof noch einmal aufhüllen. Und dann spritzen auf der 52 mit der Rubicon. Ja. Der ist auf der 12. Jo, das funktioniert auch. Hafer mit Stroh. Fast. Der Abfahrer ist da. Hier, das mit den Sojabohnen klappt. Äh, ja. Huhn und Eier sind aktuell. Aber wir können mal bei der Kleidungsfabrik Leder wieder kaufen. Äh. Leder. Äh. Äh. Nein. 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 Wollen wir mal. Machen wir mal wieder 20.000 Glitter. So, dann ist das nämlich erledigt. Der Komposter braucht, äh, Material. Das, äh, ist eigentlich kein Wunder. Da würde ich sagen, wir haben hier, den da stehen. Dann fahren wir doch mal ein bisschen Stroh. Stroh. Das können wir ja auch sagen, äh, Strohlager zum Hof mit Stroh. Genau. Dann mach du mal. Da müssen wir nicht die ganze Zeit dabei sein. Ja, guck mal. Der Kollege ist auch sowas von schnell hier. Ähm. hat doch, ich würde sagen, ich hab doch den schon angemacht hier. So, und weiter geht's mit Auslagern hier. Also hier, die Zellstofffabrik, die macht wirklich sehr gute Arbeit. Was da an Massen rauskommt. Oh, ja, ja. Genau, wir wollten, äh, schon seit, äh, paar Folgen die Mission mal beenden. So, das wird jetzt ein Chaos geben hier gleich. So, dann machst du wieder zurück. Äh, wir schubsen hier mal die zwei Meter rein, damit die auch mit weggehen. So. Gut, das war jetzt nicht so. Gut, dann tun wir das mal hier rüber. Den stellen wir da oben drauf. Äh, doch, Missionen. Missionen. Ja, guck mal hier. Einmal abschließen. Was hätten wir denn? Ernten, düngen, hätten wir Ballenpressen. Äh, brauchen wir aktuell nicht. Wir haben, glaub ich, genug Eigenes, äh, zu tun noch. Und bevor wir unsere eigenen Sachen nicht im Griff haben, brauchen wir gar nicht darüber nachdenken, äh, irgendwelche anderen Sachen zu machen. So, und, äh, die nächste Runde hier mit, äh, inzwischen Toilettenpapier. Und noch mehr Karton. Äh, wir schaffen das irgendwann noch, äh, das Ding hier leer zu bekommen. Äh, da hab ich, glaub ich, gar keine Bedenken. Aber es dauert halt. Es dauert einfach. So, und wir können das, äh, einmal zurück zur Zellstofffabrik. Oh, Gott. Oh, Gott. Mal gucken. Oh, Karton haben wir endlich mal leer. So. Äh, das lohnt sich nicht hier kommt. Weiß einmal, äh, wo ist denn? Oh, ja, der hat Wasser geladen. Ah, ja, hier. Ah. Hallo. Da waren wir. Äh, hatten wir jetzt noch irgendwas für die? Ich weiß gar nicht. Äh, war da nochmal Unkraut irgendwo? Äh, doch irgendwas war genau die 52. Die 52 muss noch gemacht werden. Ähm. Äh, 52 Rubicon haben wir ja schon eingestellt. So. 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 Der wird gedroschen. So. So. Wo ist unser... So. 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 dass da schon wieder einer da ist. So. 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 Und zu. So. Nowhere charged. So. 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 ich bin guter dinge dass wir unsere arbeitsliste hier wirklich massiv verkleinern noch ich sehe gerade oben der strohwagen wird schön befüllt das funktioniert gucken wir jetzt einfach mal dem kurz zu dass der hier das wasser los wird wir können ja mal gucken wie viel wasser im klärwerk noch ist ob das überhaupt sinn macht dass der dann noch mal runter fährt wird doch 400.000 liter knapp da können wir noch die eine oder andere tour von da unten weg fahren er fährt sehr sehr vorsichtig hier und sehr sehr langsam so soll ich hier irgendwo der wasserpunkt sein gut zwei meter weiter vor und schon passt das so dann lassen wir den hier schnell abladen und dann kann der weitermachen die nächste runde so das können wir wieder weg machen na komm mache leer das war klar dass du da dagegen donnerst jetzt dass auf der 52 läuft hier die zwölf da sind wir gleich durch ist sehr gut die fünf war erntereif die fünf war erntereif das heißt die 27 könnten wir noch düngen und danach die 52 so dann würde ich sagen ich schicke den gleich danach los wir sehen uns morgen wieder wir sind nämlich schon wieder durch für den moment für diese folge für heute morgen 15 uhr wie gehabt nächste folge nf marsch hier im ls 19 also macht es gut und Tschüss.